Ja hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Gefechtsfeld beim Kampf um Postlessuda. Hier sehen wir die Panzer des Bataillonskommandos in Wartestellung. Okay, machen wir das Interface mal an. Wir haben die, kümmert ihr euch irgendwie überhaupt? Nicht, ne? Ja, die sollen mal lieber hier die hier aufklären. Mhm. 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 So, die mechanisierte Infanterie ist auch unterwegs. Hier sind es immer noch so Männchen-Symbole, aber ich glaube, das sind alles Verwundete, die hier irgendwie rumliegen. Und die Gegner da am Horizont, das überlassen wir mal den Stukas. Nein. Ja. 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 Schauen wir mal hier hinten, da haben wir jetzt überhaupt keine Sichtung mehr. Aber es werden auch nur irgendwelche Halftracks sein oder so. Ich will sicher gehen, dass die aufgerieben werden. Na ja, hier war ein Panzer eingegraben. Hm. Unter Feldwebel Kronendorf. Ja, ist schon geil, dass sie auch Namen haben und so, dass sie ja alles simuliert ist. Dieses Spiel sucht wirklich seinesgleichen, finde ich. Verwunderschöne. Vielen Dank. Vielen Dank. Und da jemand eventuell mit der Bahre irgendwie reingerannt kommt oder so. Das sind auch coole Fahrzeuge, finde ich. Schwer bewaffnet, ne? Das ist eine Haubitze oder was? Ah, ne? Deckung. Äh, okay. Wo zählst du hin? Hm. Okay. Was ist das hier? Das Gelände ist halt immer nicht so geil. Und da jetzt den Halftracks irgendwie durchzueiern. Da haben wir Feindkontakt. So, nur ein Infanterist, ne? So, dann schauen wir mal. Die sind ja jetzt ja wirklich JWD, äh. So, dann schauen wir mal. Oh, euer. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. Hm, nicht? Alter. Alter. Ja, aber das ist quasi eine zerstörte Einheit hier. Das ist irgendwie, oh, okay, das sind Packs, das ist nicht so cool. Ja, Infanterie wäre halt echt geil. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das war ein Kalter. Nein, du solltest schon da hin. So, die sollen dann Feuerschutz geben. Hm, da sieht man natürlich nichts. Aber warum sollten denn da hinten... Ah, ist das vielleicht die Artillerie, die da jetzt mal schießt? Das kann sein. Ach, hier ist ein Seasfire. Okay, ich würde sagen, das nehmen wir auch wahr. Ich gucke mal auf die Uhr, wir haben erst zwölf Minuten, okay. Weil das ist nicht mehr so spannend jetzt hier. Also das sind nur noch so versprengte amerikanische Kräfte. Wir sind quasi durch Postless Huda durch, meine Herren. Ich würde sagen, Mission accomplished. Ja, und ich da jetzt irgendwie auf Infanterie treffe, die mir doch noch einen Panzer irgendwie knacken oder so, während ich hier durchs Dickicht fahre oder so. Nehme ich lieber das Seasfire. Und für euch ist es, glaube ich, auch nicht mehr so spannend. So, dann kicken wir mal. Ja, also war auch nicht viel vor Ort. Jetzt ist halt noch weniger vor Ort. Ist doch gut gelaufen. Kann ich jetzt hier drauf klicken? Ich weiß es immer nicht, ne? Ne, ich muss hier drauf klicken. Ah, okay. Ah, ich dachte jetzt... Ach, shit. Vielleicht wäre ich dann doch besser noch ein bisschen weiter vorgefahren war. Okay, das heißt, es geht gar nicht darum... Also, ich dachte immer, wenn man den Kampf gewinnt, dann hat man diesen kompletten Sektor erobert. Das heißt, man muss das wirklich auch alles abfahren mit seinen Truppen. Okay, gut zu wissen. So, was steht als nächstes an? Spannend, spannend. Ähm... Die 21. Panzerdivision gibt ihr Debüt. Entcycled? Entcycled? Okay. Ach... Weil wir jetzt hier... Ist... Das ist doch dämlich. Das ist doch mega dämlich, oder? Also, ich bin hier gerade hier lang gefahren. Da bin ich doch nicht entcycled. Ach, Leute, ey. Okay. Wieder was gelernt. Also, ähm... Ich hätte hier da eine Einheit und da eine Einheit noch platzieren müssen. Dann wäre ich nicht entcycled. Jetzt bin ich es halt. Ich hoffe mal, das gereicht uns nicht zum Nachteil. Okay, so. Dann... Corona... Okay. Es ist Zeit für einen Schluck Kaffee. So. Und damit willkommen auf dem Gefechtsfeld und zwar sind wir auf der Zugangsstraße. nach Sidibuzid, aber aus der anderen Richtung. Schönes, offenes Gelände. Wir haben hier Blick bis Sidibuzid. Ich weiß gar nicht, was uns jetzt für Kräfte erwarten. Und ich weiß auch noch nicht so genau, was wir hier haben. Wir haben Panzer 4, Panzer 4, Panzer 4. Okay. Also, wir haben hier das erste Panzerbataillon. Hier ist eine Aufklärungseinheit. Ich glaube, diese Aufklärungseinheiten, die sind vor allen Dingen nützlich in der operativen Phase. Hier sind die doch sehr fragil, denke ich mal. Ich lasse die mal hinten. So. Zumal das ja hier unser Bataillonskommando ist. Also, das bleibt wirklich hinten. Okay. Dann, was haben wir denn hier? Wir haben hier die fünfte Panzer Kompanie. Das ist auch noch die fünfte. Das ist der zweite Zug. Das ist die sechste Panzer Kompanie. Die haben wir quasi komplett. Und die siebte Panzer Kompanie. Okay. Ich würde sagen, die fünfte übernimmt die Straße. Das wird eine ganz spannende Schlacht, glaube ich. Also, je nachdem, was der Gegner hier an Kräften hat. Die fünfte übernimmt die Straße. Panzer 4. Sehr geil. Das ist alles hier Ausführung F. Das ist der Panzer 4, der schon die große Kanone hat. Das ist komplett hier oder was? Ja, geil. Der hat noch die Stummelkanone. Okay. Ja, cool. Da haben wir richtig Feuerkraft hier. Obwohl wir jetzt hier keine Tiger haben. Da haben wir doch richtig Feuerkraft. Und dann schauen wir mal, wie das Gelände hier ist. Okay. Ja, krass. Wir sind hier in so einer Senker so ein bisschen. So, und zoome ich nochmal weg. Okay. Dann würde ich sagen, Panzer 3. Hast du denn schon? Ne, die haben die kleine Kanone noch, ey. Panzer 3, das ist alles Panzer 3. Okay. Okay. Und wie sieht es bei der... Sechsten komponiert auch alles. Okay. Ich hatte mich eben gefreut. Die Freude ist leider ein bisschen gewichen. Ich werde die trotzdem ins Zentrum nehmen. Ich werde die trotzdem ins Zentrum nehmen. Das wird so unser Stoßkeil und zwar hier entlang der Straße. So. Führungsfahrzeug kommt ein bisschen nach hinten. Und Aufklärungspanzer, ja die können wir vielleicht auf die Flanke nehmen. Und vielleicht können die so ein bisschen so ein Flankenmanöver machen oder so. So. Ich werde mich gerade mal schauen. Ich habe gerade SMS bekommen. Da muss ich gerade mal nachgucken. Okay. Okay. So. Dann haben wir die siebte Kompanie. Kompanie Führung, die wird hier auch Anschluss haben an die fünfte. Und die kommen hier hin. Und die setzen wir wieder auf die Flanke. So. Zu wem gehörst du denn? Ah. Okay. Wir sind in der Initial Order Phase. Hm. Ist das jetzt irgendwie cool, was ich hier gemacht habe? Oder eher nicht? Ich glaube es ist ganz cool. Wir sind hier echt krass aufgestellt. Und zwar ohne Tiger, aber wir haben hier trotzdem ordentlich Feuerkraft. Jetzt kommt es halt voll darauf an, was die Amis hier in petto haben. Ich habe ja dummerweise das Reinforcement verpeilt. Schande über mein Haupt. Also haben wir keine Artillerie, ne? Obwohl, ne. Wir haben keine Artillerie dabei, sonst hätten wir die erstmal fett eindecken können. Aber das ist jetzt halt so. Okay. Okay. So. Die können hier schon mal aufklären. Genauso klären die hier auf. Ich würde einfach in gerader Linie vorrücken. Das könnte ein heißer Ritt werden hier. Okay. Befehle sind gestellt. Wir machen hier trotzdem Schnitt und werden den Kampf in der nächsten Folge durchführen. Es hat mich sehr gefreut, dass du eingeschaltet hast. Lass mir bitte ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Und abonniere meinen Kanal, wenn du das nicht schon längst getan hast. Ich bin der Basti, ich bin hier raus und ich hoffe, du bist nächste Folge wieder mit dabei, wenn wir gegen Sidibozid vorrücken. Bis bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.